Servus Leute, Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X, dem HD Remaster auf der PS4. Wir sind ja beim letzten Bart am Ende dann endlich beim Jose Temple angekommen und hier geht es jetzt auch direkt gleich weiter. Ich bin der Summoner Yuna aus der Isle von Besaid. Wie ich dachte. Die Frau von Lord Brasca. Du hast den Blick von deinem Vater. Mein Vater? Du kennst ihn? Nein, ich habe nie mit dem Mann. Ah, meine Entschuldigung. Ich bin Isaru. Ich bin ein Summoner, wie du. Ich bin Bussi. Ich bin froh, dass du. Und ich bin Morota. Ich stehe meinen großen Bruder hier. Seitdem ich ein Kind habe, habe ich immer nach Lord Brasca gezogen. Ich wünschte, dass ich irgendwann ein High Summoner geworden wäre, wie er war. Ich bin, dass du ein Kind von deinem Vater in deinem Vater verletzt hast. Ich glaube, dass du ein Kind verletzt hast. Ich... Ich bin nicht wirklich. Ich habe nur ein Summoner geworden. Natürlich. Ich habe keine Intention von verlieren. Vermutlich müssen wir da in den Rückmärm, um die zu verlieren. Dass du erst die Sin션 zu clairtest. Ja? Zum Beispiel. Ich verruh. Ich gebe dir die Herausforderung. Isaru! Yuna. Ich versuch dir zu ihr. Ich begrüß euch. Für uns beide. Ja. Ja, diesmal war es nicht wieder Dauna, sondern diesmal ein anderes Medium, das wir noch nicht kannten, nämlich Isau. So, hier gibt es eine Kiste zu plündern. Wir haben alle heilenden Portions aufgebraucht, aber es werden immer noch Verwundete hergetragen, ja. Was soll man machen? Ich will natürlich zuerst hier abchecken, ob es Sachen zum holen gibt, so wie hier diese Kiste. Und hier ist auch noch eine Alheimmittel. Ja, und jetzt werden wir uns in die Halle begeben, zu den Prüfungen. Ich? Ich? Du bist Yuna's Guardian, nicht wahr? Moroda hat eine kurze Erklärung gehört. Ich dachte, du solltest es wissen. Ich habe es von diesen Kruseidern gehört. Es scheint, dass die Summoner sind auf dem Pilgrimagen und einfach... weggefallen. Es könnte nur sein, dass die Fienden sie bekommen, aber nicht so viele so schnell. Ich habe es nicht mehr wissen, dass ich nicht mehr weiß. Aber schau dir deine Rückseite. Es ist nicht so viel für einen Guardian ohne einen Summoner, oder? Was? 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 Was ihr alle sprechen? Wir sprechen über deine Arbeit als ein Guardian. Okay. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Big Brother? Bitte, be careful. Ich bin gut. Ich bin gut. Basei! Oh, was? Wir sind weg. Wir sind gleich da. Be right there. See ya! Ok jetzt wird das auch erledigt wir können wir es hoffentlich endlich in die Kursstuhl Prüfungen reingehen ja wir sind bereit ja Alright Guardian Wir sind bereit Alright Let's do it So nun müssen wir wieder so eine Prüfung machen so wie bei den anderen zwei Tempeln auch schon Die hier ist aber nicht schwer Ja So ich muss das andere Loch Ich habe mir vor kurzem nämlich auch ein Video angeschaut Deshalb weiß ich jetzt ganz genau was ich machen muss Ich hätte es so ohne den Video auch noch gewusst Ich hätte wahrscheinlich nur ein bisschen überlegen müssen Ja Aber ist eigentlich ganz einfach Es dauert halt nur ein bisschen Das ist halt das aber es ist einfach So Ich könnte den eigentlich gleich rüberschieben Schieben So Nein hier will ich nichts einsetzen aber hier Ja Okay Hätte ich doch nicht gleich rüberschieben sollen Oder doch ja so Ja Ja Ein Sphäriod von Jose Der jetzt so manipuliert wurde Mit diesen kann ich jetzt hier die Tür öffnen Jetzt muss ich diese zwei Sphärioden hier einsetzen So So Und jetzt den hier zurückschieben Ich könnte auch ganz links nach drüben gehen Damit er dann automatisch wieder hier ist Aber geht so auch So 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 Nehme können wir jetzt Auf die andere Seite springen Und das hier aktivieren Und jetzt geht es wieder zurück Und jetzt müssen wir hier auf dieses Feld treten Damit jetzt der hier wieder da ist Jetzt müssen wir hier hinten wieder die Sphärioden einsetzen Zum Schluss muss das nämlich alles hier leuchten So Den jetzt nach hinten So So und jetzt fehlt nur noch einer Nämlich nehmen wir den jetzt hier wieder raus Und der wird jetzt hier oben eingesetzt Und somit haben wir das Rätsel gelöst Allerdings seht ihr jetzt hier etwas blinken Das berührt er jetzt einfach Und da bekommen wir jetzt Den Frakturasphäriod Damit wir die Schatzkiste finden Und somit auch das Siegel brechen können Denn wir wollen ja später dann Die beschwerbare Bestia Anima bekommen So Jetzt müssen wir hier einfach nur Ähm Ah ok ich muss x Hier alle Reinschieben So Jetzt haben wir alle Und jetzt erscheint das hier Der Weg öffnet sich jetzt Da oben sind wir jetzt schon am Ziel dann angelangt Aber zunächst müssen wir das hier machen So Nämlich ist hier jetzt die geheime Truhe Und somit brechen wir auch das Siegel Ja Das war's Jetzt gehen wir nach oben Und jetzt sind wir fertig Juna kann jetzt beten gehen Und wir warten mal Wir warten mal wieder Wir warten mal wieder Okay Wir werden schön krass sein Wir werden schön krass sein Well well You again Still traveling with quite the crown I say What is it Bartello? You know this riffraff? You are Are it no What of it? Can I shake your hand? Arran No Sir Arran You're the reason I became a guardian Thank you sir Thank you sir This means so much to me Calling the personal guardian a You're the reason I became a guardian Thank you sir Thank you sir This means so much to me I Calling the personal guardian a lord Braska riprap And you call yourself a summoner And you call yourself a summoner Yeesh Martello Martello In North Get back here Hang in there buddy Hey Donner is ganz schön fies to partello Hey 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 You I 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 Schlaf I I I I I I I I I Dann kann ich Feuerer draufballern. Das macht richtig schön Charme. Achso, jetzt ist Küsschen wieder aufgewacht, stimmt. So, da hält er ein bisschen was aus. Nämlich will ich euch jetzt die neue Bestia zeigen. Die ich bekommen habe. Nämlich haben wir Ixion bekommen. Mein Name ist Yuna. Glückwunsch, dich zu treffen. So, Ixion ist nämlich so ein Donnerpferd. Boah, das macht krass Charme. Komm mal. Habt ihr gesehen? Aero Funken 2500. Puh. Kann natürlich Blitz und Blitzra. Ich werde es mal auf harte Tour machen. Vielleicht kriege ich die Ekstaseleiste voll. Oh, ein Küsschentanz. Ah, dagegen sind wir ja irgendwo. So, ich mache jetzt nochmal harte Tour. Vielleicht greift er mich ja an. Okay, ich muss mich nochmal anreißen. So. Jetzt haben wir die Ekstase voll. Nämlich heißt die Ekstase Mjölnir. So wie der Hammer von Thor. Ja, und das ist ja immer ein stromelementarer Schaden auf alle Gegner. Ja, auf jeden Fall sehr stark Ixion. Hier jetzt am Anfang. Ja, und der Kampf ist vorbei. Ja, Schelin, der redet nur Blödsinn. Das hat nichts damit zu tun. Ich habe nicht mit Aguado gesprochen. Ich habe nicht mit Aguado gesprochen.